War auch nur, wenn wir treffen. Ich habe so das gute Gefühl, dass das ja das Ende von dem Let's Play ist. Sollte ich jemals wieder eine zweite Season machen, dann ist das wahrscheinlich ohne Sci-Fi. Die Viecher sind ja echt ätzend. Man hat Biff getroffen. Da! Oh, Shadow stirbt gleich. Hier ist noch so ein Wurm-Dings für uns. Ja. Ja gut. Und Shadow ist tot. Irgendwie habe ich Heimweh. Nee, ich werde jetzt keinen Spielstand laden oder so, aus dem einfachen Grund. Weil die Season damit jetzt höchstwahrscheinlich vorbei ist. Da! Ja. Dann mit. Rechnet man doch nicht, dass man nimmer so wie Schildo verliert. Oh Gott. Immerhin haben wir das Vieh getroffen. Ja, ich höre. Yes! Ja. Hm. Vielleicht ein Feuerstoß. Immerhin ein Dreitreffer. Da! Guck mal. Guck mal. Nein. Ja. Wechsel doch mal auf eine vernünftige Waffe. Die kleinen Fächer würden komplett ausreichen. Ja. Darfst du noch? Nee. Nee. Ja, ich höre. Was hörst du? Techno? Dem Ding, da habe ich das Licht ausgepustet. Die werden staunen. Da ist was. Yes! Dynamo müsste verarztet werden. Da kümmert sich mal Fox drum. Nächste Runde. Nein. Hey. Hat ja momentan eh keiner Actionpunkte übrig. Yes! Aus der Dynamo vielleicht. Aus nächster Nähe daneben schießen. Ist auch eine Kunst für sich. Yes! Aber immerhin hat Dynamo gut Damage gemacht. Ja, hier. Japp. Uiuiuiuiuiuiui. Und ja. Und ja, falls es irgendwann eine zweite Season geben sollte, dann müssen wir höchstwahrscheinlich mit Speichern und Laden spielen, dass wir niemanden verlieren. Desto mehr Leute man verliert, desto kritischer wird es. Jetzt stört man vor, ich bin hier nur mit einem Trupp runtergegangen. Dora, wa! Was? Bäh, große Bestien riechen wie Scheiße. Igor, kann ich nur sagen, es ist mein Wunsch. Du bist noch hier. Ruhe in Frieden, Genosse. Dann haben wir jetzt auch noch Igor verloren. Ja. Na ja, weiter Leute, weiter. Das ziehen wir jetzt durch bis zum letzten Mal, wobei. Okay. Erstmal hier sammeln. Oh Gott. Was liegt denn da? Granaten. Guckt euch das mal an. Wie soll ich das alles mitnehmen? Markete bleibt hier. Hm. Ist da noch die Dragunov an dich. Ganzen Schlüssel, lass mal liegen. Gold Commando. Kevlar-Hose. Spektra-Weste. Das heißt, ich nehme mal die ganzen Granaten mit. Lass du das mal bitte liegen. Ah, die beiden schenken sich nichts mehr, wo die jetzt so kaputt sind. Was ist denn das eigentlich für ein Kaliber? 27 NATO-Stürmgewehr-Munition. Weiß ich, ob ich sowas besitzen würde. Ein Spielplatz für Tequila-Würmchen, Mann. Da drüben. Ja, okay. Hey, so viele Granaten. Ja, okay. Na komm, weiter. Da hätte ich mit drei Trupps hier runtergehen sollen. Riecht fast wie Baba. Ja, Krabbelvieh. Das sollte sich für die nächste Season auch merken. Da. Erst in Tickse einmarschieren, sobald man einigermaßen stabil ist von den Finanzen her. Der Nächste bitte. Ah, niemand darf mehr. Na, komm mal ruhig näher. Ja, um Himmels Willen, eins von diesen Dingern. Ach, beruhig dich. Was ich noch gucken wollte ist... Geht's hier noch weiter, oder? Ist das hier das Ende? Im Gelände. Mein A-Team ist ja auch schon langsam ein bisschen ausgedünnt worden. Na komm, nochmal. Ey. So, werde die ganzen Granaten einstecken. Ja. Probieren wir mal den Granatwerfer aus. Alles klar, das macht ja ordentlich Damage. Ja, hier. Wie viel macht die Mini? Geht. Geht. Dafür, dass wir beide treffen, ne? Hm, jetzt fehlt mir ein Pünktchen. Ja. Ey. Es lohnt sich, aufzupassen. Da. Ah, okay. Immer auf das große Vieh schießen. Das kann man wenigstens treffen. Und dass ich nicht herausfinden möchte, was das Kleine so kann. Koch gemacht, Schenk. Deine Mohn-Schenk scheinen Freude zu sein. Da. Ja, hier. Ja. Das spuckt uns jetzt wieder an oder macht einen anderen Quatsch. Daneben spucken dürft ihr. Scherzkeks. Na komm, da kommt eine Granate in die Mitte. Ja. Ja. Lass mich raten, danach kann ich das nicht mehr abfeuern. Japp. So, einmal mit der Call-Commendo Dauerfeuer. Ich werde ein Profi in Nullkommanix. Darauf bin ich gespannt. Gut. Ja. Oh. Entdeckung. Yes. Ey. Üh. Da. Kriegen wir vielleicht noch einen Schuss? Tatsächlich. Japp. Okay. Uiuiuiuiuiuiuiui. Na komm, das Ganze nochmal. Reicht leider nicht. Ja. Jetzt ist er tot. Oh mein Gott, oh mein Gott, blind. Ich bin blind. Ach, das zack macht uns blind. Oder woran liegt das? Sind wir alle blind? Die, die, diese Krabbelfiecher, die machen mich noch verrückt. Vor allem, weil es immer mehr werden. Okay. Eine ist weniger. Was ist das? Gut gelaufen. Ja, ich höre. Nur Biff ist blind. Ah. Na gut, er sieht gar nichts mehr. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze. Nein. SieIND. Diese Böh благодар. Was sind's? Nicht. Du bist gut. Eine ist keine Differenzage. Also. dell. Deine bin. Und hier. Das.